Aus den Inquisitionsprotokollen des Dominikaten-Paters Jean-Petro Baribi Archive der Universitätsbibliothek Padua Entschlüsselt, übersetzt und bearbeitet von Dr. M. Tordano 25. Juni 1542 Er mittele immer noch im Kloster S. im Fall der jungen Elisabetta, die laut Auskunft ihres eigenen Vaters das Kind eines Dämons austrägt. Ich hielt mich in meinem Bericht gegenüber dem Leiter der Kongregation nicht mit meiner Vermutung zurück, dass M. zu, wohlwollend ausgedrückt, religiöse Verklärungen neigt und dazu, sich von Gott, unserem Herrn, berufen zu fühlen, das Böse dieser Welt auszurotten. Offensichtlich will er seine Tochter lieber der Hexerei bezichtigen, als zu akzeptieren, dass sie nicht seinen Vorstellungen von Sitzsamkeit entspricht. Seine guten Beziehungen zu R. M. erwähnte ich ja bereits umseitig, sein Einfluss in dieser Region ist erheblich, weshalb wir den Fall noch nicht als abgeschlossen betrachten dürfen. Die Vernehmung der Zeugen war der reinste Hohn. Zwei junge Mitschülerinnen Elisabetas bestätigten die Aussage des Kontes vom Auftauchen eines Dämons im Garten des Klosters. Die kleine Sophia, die nicht wirklich glaubhaft erklären konnte, warum sie sich um Mitternacht rein zufällig in einem Gebüsch verborgen im Garten befand, beschrieb einen Riesen mit Hörnern, glühenden Augen und einem Pferdefuß, der Elisabetta kurioserweise ein Ständchen auf einer Violine brachte, bevor er sich in Unzucht an ihr verging. Die andere Zeugin, eine enge Freundin von Elisabetta, machte schon einen weitaus vernünftigeren Eindruck. Sie erzählte von einem gut gekleideten und sehr hochgewachsenen jungen Mann, der Elisabetta mit schönen Worten umgarne. Er würde aus dem Nichts erscheinen und könne sich dann wieder in Luft auflösen, was sie aber selber noch nicht beobachtet habe. Elisabetta ihrerseits vertraute mir an, dass der junge Mann, der die Klostermauern so geschickt überwunden hat, weder Hörner noch Pferdefußbesitze, sondern aus geachteter Familie stamme und dass sie sogar seinen Namen kenne. Ich freute mich schon, die Sache zu einem klärenden Abschluss bringen zu können. Da fügte sie hinzu, dass sie aber leider keinen Kontakt zu ihm herstellen könnte, da er aus der Zukunft durch die Luft zu ihr geflogen sei. Genauer gesagt aus dem Jahr des Herrn 1723. Man möge sich meine Verzweiflung über den Geisteszustand der mich umgebenden Menschen vorstellen. Ich hoffe sehr, der Leiter der Kongregation beordert mich erst bald zurück nach Florenz, wo echte Fälle auf mich warten. Kapitel 8 Schimmernde Paradiesvögel, Blüten und Blätter in Blau- und Silbertönen rankten sich über das Brokatmeter, die Ärmel und der Rock waren aus schwerer, nachtblauer Seide, die bei jedem Schritt raschelte und trauschte wie das Meer an einem stürmischen Tag. Mir war klar, dass Seder in diesem Kleid wie eine Prinzessin ausgesehen hätte. Trotzdem war ich von meinem eigenen Anblick im Spiegel überwältigt. Es ist unfassbar schön, flüsterte ich ehrfürchtig. Xemario schnaubte. Er saß auf einem Restbrokat neben der Nähmaschine und puppelte in der Nase. Mädchen, sagte er, erst sträuben sie sich mit Händen und Füßen gegen diesen Ball und kaum haben sie so einen ollen Fummel an, machen sie sich vor Aufregung fast ins Röckchen. Ich ignorierte ihn und drehte mich zu der Schöpferin dieses Meisterstücks um. Aber das andere Kleid war doch auch perfekt, Madame Rosini. Ja, ich weiß. Sie schmunzelte. Wir können es einfach ein anderes Mal nehmen. Madame Rosini, Sie sind eine Künstlerin, sagte ich mit Inbrunst. Niste pas? Sie zwinkerte mir zu. Und als Künstler darf man sich die Dinge auch wieder anders überlegen. Zu der weißen Perücke schimmiert das andere Kleid insgesamt zu blass zu sein. Ein Torn, der deiner verlangt nach starken... Comet d'ondite. Kontrasten. Ach richtig, die Perücke. Ich seufzte. Die wird alles wieder kaputt machen. Können Sie bitte schnell noch ein Foto schießen? Be sure. Madame Rosini verfrachtete mich auf einen Hocker vor der Frisierkommode und griff nach meinem Handy, das sich hier hinhielt. Xemeriow faltete seine Flügel auseinander. Flatterte zu mir herüber und legte eine etwas verunglückte Landung direkt vor dem Porzellankopf mit der Perücke hin. Du weißt schon, was sich normalerweise alles in so einem Haarteil herumtrat, oder? Er legte den Kopf in den Nacken und sah einen puderweißen Turm hoch. Filzlöse, ganz sicher, Motten vermutlich, eventuell auch Schlimmeres. Er hob theatralisch die Pfoten. Ich sag nur Tarantula. Ich vermisse mir den Kommentar, dass Urban Leg Gems nun wirklich ein alter Hut war und gähnte demonstrativ. Simerius stemmte die Krallen in die Seiten. Ist doch wahr, sagte er. Du solltest dich nicht nur vor Spinnen in Acht nehmen, sondern auch vor gewissen Grafen, falls sich das in deinem Kostümrausch gerade entgegangen sein sollte. Da hätte er leider recht. Aber heute, frisch genesen und zugleich von den Männerwächtern für balltauglich erklärt, wollte ich nur noch eins, positiv denken. Und wo konnte einem das leichter fallen als Madame Rosinis Atelier? Ich warf Simerius einen strengen Blick zu und ließ meine Blicke über die vollgehängten Kleiderstangen wandern. Ein Kleid war schöner als das andere. Sie haben nicht zufällig was in grün? Fragte ich sehnsüchtig. Ich musste an Silzias Party denken und an die Kostüme, die Leslie für unsere Marsmenschengewandlung vorschwebten. Wir brauchen nur grüne Müllsäcke. Ein paar Pfeifenputzer, leere Konservenbüchsen und ein paar Styroporkugeln, hatte sie gesagt. Mit Tacker und Heißklebepistole verwandeln wir uns im Handumdrehen in coole Vintage-Mausmenschen. Sozusagen lebende, moderne Kunstwerke. Und es kostet keinen Penny. Grün? Maisui, sagte Madame Rosini. Als alle noch dachten, dass der rothaarige Ungeracken in der Zeit reißen würde, habe ich viele Grüntöne verwendet. Das harmoniert perfekt zu roten Armen. Und natürlich auch zu den grünen Augen vom kleinen Rebell. Oh oh, sagte Xemarius und drohte ihr mit einer Kralle, gefährliches Sperrgebiet, teuerste. Womit er richtig lag. Der kleine Mistkerl-Rebell gehörte nämlich definitiv nicht auf die Liste von positiven Dingen, an die ich denken wollte. Aber wenn Gideon wirklich mit Charlotte auf dieser Party aufkreuzte, würde ich dort ganz sicher nicht im Müllsack rumstehen. Da konnte Leslie über coolness und moderne Kunst sagen, was sie wollte. Madame Rosini bürstete meine langen Haare und fasste sie auf dem Scheitel mit einem Zopfgummi zusammen. Heute Abend wird er übrigens auch grün tagen. Ein dunkles Meergrün. Ich habe Stunden über der Stoffauswahl gebrütet, damit sich eure Farben nicht beißen. Am Ende habe ich alles nochmal bei Kerzenlicht überprüft. Absolutement onirik. Ihr werdet zusammen aussehen wie der Meerkönig und die Meerkönigin. Absolument. Grete Xemarius. Und wenn ihr nicht gestorben seid, bekommt ihr zusammen viele kleine Meerprinzen und Prinzesschen. Ich seufzte. Sollte er nicht zu Hause sein und weiter auf Charlotte aufpassen? Aber er hatte sich nicht nehmen lassen, mich nach Tempel zu begleiten, was irgendwie auch wieder süß war. Xemarius wusste genau, dass ich mich vor dem Ball fürchtete. Während Madame Rosini die Haare in drei Strähnen teilte und zu einem Zopfflocht, den sie mit Haarmadel zu einem Knoten fixierte. Runzelte sie konzentrierte Sturm. Grün sagst du? Mal überlegen. Da hätten wir zum Beispiel ein Reitkostüm für das späte 18. Jahrhundert aus grünem Sand. Außerdem, oh, das ist mir super gelungen. Ein Abendensemble von 1922. Nilgrüne Seide mit passendem Ud, Mantel und einer Antasche. Dresdchik. Und dann habe ich einige Kleider von Valenciage nachgearbeitet, die Grace Kelly in den 60er Jahren getragen hat. Das Prunkstück ist ein Ballkleid in der Farbe von Rosenblättern. Das würde dir auch wunderbar stehen. Sie nahm das Verrückengebilde vorsichtig hoch. Schneeweiß und verziert mit blauen Bändern und Burkatblüten erinnerte es mich ein bisschen an eine mehrstöckige Hochzeitstorte. Es verströmte sogar einen Ducht nach Vanille und Orangen. Geschickt stirbte Madame Rosini mir die Torte über das Vogelnest auf meinem Scheitel und als ich das nächste Mal in den Spiegel blickte, erkannte ich mich selber kaum wieder. Jetzt sehe ich aus wie eine Mischung aus Marie Antoinette und meiner Großmutter, sagte ich. Und wegen des schwarzen Augenbrauen auch ein klitzes kleines bisschen wie Räuber Hotzenblotz, das ich auf Rauf verkleidet hatte. Unsinn! Widersprach Madame Rosini, die die Perücke nun mit gewaltigen Haarnadeln feststeckte. Wie kleine Dolche sahen sie aus, mit ihrem Endstück aus glitzernden Glassteinen, die am Schluss wie blaue Sterne aus dem Lockengebilde hervorblitzten. Es geht um Kontraste, Schwanenelschen. Kontraste sind das Wichtigste überhaupt. Sie deutete auf den aufgeklappten Schminkkasten, der auf der Kommode stand. Dazu noch das Make-up. Smoky Eyes sind bei Kerzen nicht durchaus auch im 18. Jahrhundert en bourgeoisie. Ein Hauch von Puder. Et parfaitement. Du wirst wieder die Allerschönste sein. Was sie natürlich nicht wissen konnte, sie war ja nie dabei. Ich lächelte sie an. Sie sind so lieb zu mir. Sie sind überhaupt die Allerbeste. Und für ihre Kleider müssten sie eigentlich einen Oscar bekommen. Ich weiß, sagte Madame Rossini bescheiden. Wichtig ist es, dass du mit dem Kopf zuerst einsteigst und mit dem Kopf zuerst auch wieder aussteigst, mein Schnuckelchen. Madame Rossini hatte mich bis zur Lumousine begleitet und half mir beim Einsteigen. Ich kam mir ein bisschen vor wie Maud Stimpsons, nur dass mein Haartum weiß und nicht blau war und die Autodecke glücklicherweise hoch genug. Nicht zu fassen, dass so ein schmales Persönchen so viel Platz beanspruchen kann, sagte Mr. George lachend, als ich meine Rücke ordentlich auf dem Sitz ausgebreitet hatte. Ja, nicht wahr? Mit diesen Kleidern müsste man eigentlich eine eigene Postleitzaber antragen. Madame Rossini warf mir zum Abschied ein lustiges Handküßchen zu. Ach, sie war so goldig. In ihrer Gegenwart vergesse ich immer ganz, wie schrecklich mein Leben doch eigentlich gerade war. Der Wagen fuhr an und in diesem Moment wurde die Tür des Hauptquartiers der Wächter aufgerissen und heraus kam Todano geeilt. Seine rasierten Augenbrauen standen senkrecht in die Höhe und unter seinem Selbstbräuner war er mit Sicherheit leicht und blass. Sein Mund war mit den Blusterlippen, klappte auf und zu, was ihm das Aussehen eines vom Aussterben bedrohten Tiefseefisches gab. Glücklicherweise konnte ich nicht verstehen, was er zu Madame Rossini sagte, aber ich konnte es mir denken. Dummes Ding, keine Ahnung von Historie und Monotanzen, wird uns mit ihrem Unverstand blamieren, eine Schande für die Menschheit. Madame Rossini lächelte zuckersüß und sagte etwas zu ihm, was den Fischmund abrupt zuklappen ließ. Leider verlor ich die beiden aus den Augen, als der Fahrer in die Gasse einbog, die zum Strand hinaufführte. Grinsend lehnte ich mich zurück, aber während der Fahrt verflüchtigte sich die gute Stimmung schnell wieder und machte Aufregung und Angst Platz. Ich fürchtete mich so ziemlich vor allem, vor der Ungewissheit, dem vielen Menschen, dem Blicken, dem Fragen, dem Tanzen und am meisten natürlich vor einer neuerlichen Begegnung mit dem Grafen. Meine Ängste hatten mich heute Nacht bis in meine Träume verfolgt, wobei ich schon froh war, dass ich überhaupt eine durchgeschlaffene Nacht vorweisen konnte. Kurz vor dem Aufwachen hatte ich besonders wirres Zeug geträumt, was über meine eigenen Röcke gestolpert und eine riesige Treppe hinabgepurzelt, direkt vor die Füße des Grafen von Saint-Germain, der mir, ohne mich zu berühren, aufgeholfen hatte, indem er mich an meiner Kehle hochhob. Dabei keifte er seltsamerweise mit Charlotte Stimme, du bist eine Schande für die ganze Familie. Und neben ihm stand Mr. Marley, hielt Leslie's Rucksack in die Höhe und sagte vorwuchsvoll, Es ist nur noch ein von zwanzig auf der Oistercard. Wie ungerecht, ich hatte sie gerade frisch aufgeladen. Leslie hatte sich heute Morgen im Erdkundeunterricht über meinen Traum halbtot gelacht. Allerdings war der gar nicht mal so weit hergeholt. Ihr Rucksack war nämlich gestern nach der Schule gestohlen worden, als sie gerade in den Bus steigen wollte. Rappert vom Rücken gerissen von einem jungen Mann, der laut Leslie schneller hatte rennen können als Dwayne Chamberlain. Inzwischen waren wir ja einigermaßen abgebrüht, was die Wächter anging. Und von Charlotte, die zweifelsohne dahinter steckte, also indirekt betrachtet, hätten wir ohnehin nichts anderes erwartet. Aber dennoch fanden wir die Methode ein wenig, naja, plump. Und wenn wir uns noch ein letzter Beweis gefehlt hätten, wäre es die Tatsache gewesen, dass die Frau neben Leslie eine Hermes-Tasche getragen hatte. Ich meine, Hand aufs Herz. Welcher Dieb, der etwas auf sich hält, hätte stattdessen einen gammeligen Rucksack geklaut. Laut Xemarius hatte Charlotte, kaum dass ich gestern das Haus verlassen hatte, mein Zimmer nach dem Chronographen durchkämmt und dabei nichts ausgelassen. Sogar unter dem Kopfkissen, welches originales Versteck, hatte sie geschaut. Nach der akribischen Untersuchung meines Wandschrankes hatte sie schließlich die losgelöste Gipsgottonplatte entdeckt und war mit einem triumphierenden Grinsen auf dem Gesicht, sagte Xemarius, in die Abseiten gekrochen, wobei sie nicht einmal die Schwester meiner kleinen Spinnenfreundin hatte fallen. Meine kleinen Spinnenfreundin hatte schrecken können, sagte Xemarius. Sie zeigte auch keinerlei falsche Scheu, tief in die Eingeweide des Krokodils zu greifen. Tja, hätte sie das mal einen Tag früher gemacht. Aber wer zu spät kommt, der bestraft das Leben, sagte Lady Arista immer. Nachdem Charlotte frustriert aus dem Wandschrank gekrabbelt war, hatte sie Leslie ins Bezier genommen, was sie so wiederum ihren Rucksack gekostet hatte. Nun waren die Wächter im Besitz einer frisch aufgeladenen Oistercard, eines Mäppchens, eines Lipgloss in der Fortnurungsjury sowie von ein paar Bibliotheksbüchern über die Ausdehnung des östlichen Gang des Deltas. Mehr aber auch nicht. Diese Niederlage konnte nicht mal Charlotte unter ihrer üblichen hochmütigen Miene verbergen, mit der sie heute Morgen am Frühstückstisch erschienen war. Lady Arista hingegen hatte wenigstens die Größe, ihren Fehler zuzugeben. Die Truhe ist wieder auf dem Weg zu uns, erklärte sie Kühl. Charlottes Nerven sind offensichtlich ein wenig überreizt und ich muss zugeben, dass ich ihren Ausführungen irrtümlich Glauben geschenkt habe. Und jetzt sollten wir die Angelegenheit als erledigt betrachten und uns anderen Themen zuwenden. Das war, jedenfalls für Lady Aristas Verhältnisse, eine richtige Entschuldigung. Während Charlotte bei diesen Worten angestrengt auf ihren Teller starrte, tauschten wir anderen verdutzte Blicke und wendeten uns dank gehorsam dem einzig anderen Thema zu, das uns auf die Schnelle einfiel, dem Wetter. Nur Tante Glenda, deren Hals hektische rote Flecke aufwies, wollte das nicht auf Charlotte sitzen lassen. Man sollte ihrer wohl eher dankbar sein, dass sie sich immer noch verantwortlich fühlt und ein wachsames Auge hat, anstatt ihr Vorwürfe zu machen. Konnte sie sich nicht verkneifen, einen zu werfen. Wie ist es so schön? Und Dank ist der Welt ein Lohn. Ich bin überzeugt, dass... Aber wir erfuhren nie, wovon Tante Glenda überzeugt war, denn Lady Arista sagte mit eisiger Stimme, wenn du das Thema nicht wechseln möchtest, steht es dir selbstverständlich frei, den Tisch zu verlassen, Glenda. Was hatte Glenda dann auch tat, zusammen mit Charlotte? Die behauptete, keinen Hunger mehr zu haben. Alles in Ordnung? Mr. George, der mir gegenüber saß, vielmehr schräg gegenüber, meine Röcke waren so ausladend, dass sie den halben Wagen ausfüllten und mich bisher meinen Gedanken überlassen hatte, lächelte mir zu. Hat Dr. White dir etwas gegen das Lampenfieber gegeben? Ich schüttelte den Kopf. Nein, sagte ich. Ich hatte zu viel Angst, im 18. Jahrhundert doppelt zu sehen. Oder Schlimmeres, aber das verschriek ich Mr. George lieber. Auf der Soiree am letzten Sonntag hatte ich nur mithilfe von Lady Bromptons Spezialpunchruhe bewahren können. Und es war eben dieser Punch gewesen, der mich dazu gebracht hatte, vor lauter staunenden Gästen Memory aus Cats vorzutragen. Schlappe 200 Jahre, bevor Andrew Lloyd Webber es überhaupt komponiert hatte. Außerdem hatte ich mich vor allen Leuten laut mit einem Geist unterhalten, was mir nüchtern ganz bestimmt nicht passiert wäre. Ich hatte gehofft, wenigstens ein paar Minuten mit Dr. White allein sein zu können, um ihn zu fragen, warum er mir geholfen hatte. Aber er hatte mich nur im Beisein von Volk der Vier untersucht und zu aller Freude für Genesen erklärt. Als ich ihm zum Abschied verschwörerisch zugezwinkert hatte, runzelte Dr. White lediglich die Stirn und fragte, ob ich etwas im Auge habe. Bei der Erinnerung daran seufzte ich. Mach dir keine Sorgen, sagte Mr. George mitleidig. Es dauert ja nicht lange, dann bist du schon wieder zurück. Noch vor dem Abendessen hast du alles überstanden. Aber bis dahin kann ich eine Menge falsch machen, wenn nicht sogar eine weltweite Krise auslösen. Fragen Sie mal Giordano. Ein falsches Lächeln, eine falsche Referenz, die falsche Kommunikation und Puff, das 18. Jahrhundert steht in Brand. Mr. George lachte. Ach, Giordano ist doch nur neidisch. Für eine Zeitreise würde er einen Mord begehen. Ich strich mir mit meinen Händen über die weiche Seide meines Rockes und fuhr mit den Fingern die gestickten Linien nach. Im Ernst, ich verstehe immer noch nicht, warum der Ball so wichtig ist und was ich da eigentlich zu suchen habe. Du meinst, außer zu tanzen und dich zu amüsieren und das Privileg zu genießen, die berühmte Herzogin von Devonshire mit eigenen Augen sehen zu dürfen? Als ich nicht zurücklächelte, wurde Mr. George unvermittelt ernst, nahm ein Taschentuch aus seiner Brusttasche und tupfte sich damit über die Stirn. Ach, mein Mädchen, dieser Tag ist deshalb von äußerst der Bedeutung, weil sich auf eben diesem Ball herausstellen soll, wer in den Reihen der Wächter der Verräter ist, der die Informationen an die Florentinische Allianz weitergeleitet hat. Durch eure Anwesenheit hofft der Graf, sowohl Lord Alistair als auch den Vertreter aus der Reserve zu locken. Aha, das war zumindest ein bisschen spezifischer als in Anna Karenina. Genau genommen sind wir also Lockwögel. Ich runzelte meine Stirn. Aber, ähm, müssten Sie nicht längst wissen, ob der Plan funktioniert hat? Und wer der Verräter nun ist? Das ist doch alles bereits vor 230 Jahren passiert. Ja und nein, erwiderte Mr. George. Aus irgendeinem Grund sind die Berichte in den Annalen in diesen Tagen und Wochen äußerst verschwommen. Zudem fehlt ein ganzer Teil. Es ist zwar mehrmals von dem Verräter die Rede, der seines Hohen Amtes entbunden wurde, aber sein Name wird nicht erwähnt. Vier Wochen später heißt es Labidau in einem Nebensatz, dass niemand dem Verräter die letzte Ehre erwiesen habe. Den Ehre habe er nun einmal nicht verdient. Ich bekam wieder eine Gänsehaut. Vier Wochen nach seinem Rausschmiss aus der Loge war der Verräter tot? Wie, äh, praktisch. Mr. George hörte mir nicht mehr zu. Er klopfte ein Fenster zum Fahrer. Ich fürchte, das Tor ist zu eng für die Limousinen. Fahren Sie lieber vor der Seite auf den Schulhof. Er lächelte mich an. Wir sind da. Du siehst übrigens wunderschön aus. Das wollte ich dir die ganze Zeit schon sagen. Wie aus einem alten Gemälde entsprungen. Der Wagen bremste direkt vor der Treppe zum Eingang. Nur viel, viel schöner, sagte Mr. George. Danke. Vor lauter Verlegenheit vergaß ich ganz, was Madame Rosini gesagt hatte. Immer mit dem Kopf zuerst, Schnuckelchen. Und machte den Fehler, auf die gleiche Weise aus dem Auto zu steigen, wie sonst auch immer. Mit dem Ergebnis, dass ich mich hoffnungslos in meinem Rücken fäderte und mich fühlte wie die Pine Maja im Tegler Spinnennetz. Während ich fluchte und Mr. George hilflos kicherte, reichte man mir von draußen gleich zwei hilfreiche Hände und weil mir nichts anderes übrig blieb, ergriff ich beide und ließ mich hinaus auf die Füße ziehen. Die eine Hand gehörte Gideon, die andere Mr. Wittmann und ich ließ sie alle beide los, als hätte ich mich verbrannt. Ähm, danke, murmelte ich, strich hastig das Kleid glatt und versuchte, meinen rasenden Puls zu beruhigen. Dann sah ich mir Gideon genauer an und grinste. Ich konnte einfach nicht anders. Auch wenn Madame Rosini nicht umsonst von der Schönheit des merkwühlenen Stoffes geschwärmt hatte und der prächtige Rock Gideons breite Schulter in faltenfreier Perfektion umschloss und der Bissenab zu den Schnallenschuhen eine wirklich blendende Figur abgab, machte die weiße Verrücke das alles wieder zunichte. Und ich dachte schon, ich wäre die Einzige, die sich doof vorkommen muss, sagte ich. Seine Augen funkelten amüsiert. Immerhin konnte ich Giordano überreden, Puder und schönes Fläschzeichen wegzulassen. Nun, er war so schon blass genug, für eine Sekunde oder so verlor ich mich im Anblick der fein gezeichneten Linie seines Kins und der Lippen, dann riss ich mich wieder zusammen und guckte ihn möglichst finster an. Die anderen warten unten, wir beeilen uns besser, bevor es hier einen Menschenauflauf gibt, sagte Mr. Whitman und warf einen Blick hinüber zum Bürgersteig, wo zwei Damen mit Hunden stehen geblieben waren und neugierig zu uns hinüber schauten. Wenn sie kein Aufsehen erregen wollten, dann sollten die Wächter vielleicht unauffälligere Autos fahren und natürlich nicht andauernd seltsam kostümierte Menschen durch die Gegend kutschieren. Gideon streckte seine Hand aus, doch in dem Moment ertönte von hinten ein dumpfer Laut und ich sah mich um, Ximereus war auf dem Autodach gelandet und lag für einen Moment plack wie eine Flünde auf dem Blech. Menno, keuchte er, hättet ihr nicht auf mich warten können? Er hatte im Tempel die Abfahrt verpasst, wegen einer Katze, wenn ich es richtig mitbekommen hatte. Ich musste den ganzen Weg fliegen, dabei wollte ich mich doch noch von dir verabschieden. Er rappelte sich auf, hüpfte mir auf die Schulter und ich fühlte so etwas wie eine nasse, kalte Umarmung. Also, Großmeisterin des heiligen Hegelschweinordens, sagte er, vergiss nicht den, wir sagen seinen Namen nicht, er war auf einen verächtlichen Blick auf Gideon, beim Mennoett ordentlich zu treten und nimm dich in Acht vor diesem Grafen. Echte Sorge schwang in seiner Stimme mit, ich musste schlucken, doch im selben Moment fügte er noch an, wenn du Mist baust, kannst du zusehen, wenn du in Zukunft ohne mich klarkommst. Dann suche ich mir nämlich einen neuen Menschen. Er grinste frech und sauste ohne viel Umschweife auf die Hunde zu, die sich einen Moment später von ihren Leinen losrissen und mit eingekniffenem Schwanz das Weite suchen. Gwendolen, träumst du? Gideon reichte mir seinen Arm, ich meine natürlich Miss Grey, wenn sie mir bitte ins Jahr 1782 folgen wollen, Vergiss es, mit der Schauspielerei fange ich erst an, wenn wir da sind, sagte ich leise, damit Mr. George und Mr. Wittmann es nicht hören konnten. Vorher würde ich den Körperkontakt zu dir gern so minimal wie möglich halten, wenn du nichts dagegen hast. Außerdem kenne ich mich hier aus, das ist schließlich meine Schule. Und die lag an diesem Freitagnachmittag da wie ausgestorben. Im Foyer trafen wir auf Direktor Gillis, der eine Golf-Dolli hinter sich herzog und seinen Anzug bereits gegen karierte Hosen und den Poloshirt getauscht hatte. Er ließ es sich aber nicht nehmen, die Laien-Schauspielgruppe von unserem lieben Mr. Wittmann ganz herzlich zu begrüßen. Und zwar alle einzeln, per Handschlag. Als großer Förderer der Kunst ist es mir ein Vergnügen, unsere Schule für ihre Proben zur Verfügung zu stellen, solange ihr Probenraum nicht genutzt werden kann. Was für entzückende Kostüme! Als er bei mir angelangt war, stützte er. Na nun, das Gesicht kenne ich aber, du bist doch eins von den bösen Froschmädchen, nicht wahr? Ich zwang mir ein Lächeln ab. Ja, Direktor Gillis, sagte ich. Nun, da freut es mich aber, dass du so ein schönes Hobby gefunden hast. Sicher kommst du dann nicht mehr auf so dumme Ideen. Es strahlte Jovial in die Runde. Dann wünsche ich also ganz viel Erfolg oder was man beim Theater ebenso wünscht. Toi, toi, toi! Hals und Beinbruch! Gut gelaunt winkte er uns noch einmal zu. Dann verschwand er mit Samten und Trolli durch die Tür. Hinaus ins Wochenende. Ich sah ihm ein wenig neidisch hinterher. Ausnahmsweise hätte ich gern mit ihm getauscht, selbst wenn ich dafür ein mittelalter Glatzkopf in karierten Hosen hätten werden müssen. Böses Froschmädchen? Wiederholte Gideon auf dem Weg hinunter in den Kunstkeller und blickte mich neugierig von der Seite an. Ich verwandte all meine Aufmerksamkeit darauf, die raschelnden Röcke weich genug anzuheben, um nicht darüber zu stolpern. Meine Freundin Leslie und ich waren vor ein paar Jahren gezwungen, einen überfahrenen Frosch in die Suppe einer Mitschülerin zu legen. Das nimmt uns Direktor Gillis leider immer noch übel. Ihr wart gezwungen, einen Frosch in die Suppe einer Mitschülerin zu legen? Ja, erwiderte ich und bedachte ihn mit einem hochnäsigen Blick. Aus pädagogischen Gründen muss man manchmal Dinge tun, die auf Außenstehende befremdlich wirken. Im Keller, gleich unter einem an der Wand gepinselten Zitat von Edgar Degas, ein Bild muss mit demselben Gefühl gemacht werden, mit dem ein Verbrecher seine Tat ausführt, hatten sich bereits die üblichen Verdächten um den Chronografen versammelt. Folgt der Villier, Mr. Marlin und Dr. White, der auf einem der Tische medizinische Bestecke und Verbandszeug ausbreitete. Ich war froh, dass wir wenigstens Jordanum in Tempel zurückgelassen hatten, wo er vermutlich noch immer auf der Eingangstreppe stand und die Hände rang. Mr. George zwinkerte mir zu. Ich hatte gerade eine gute Idee, raunte er. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wirst du einfach ohnmächtig. Die Frauen gielen damals laufend in Ohnmacht, ob wegen der geschnürten Korsetts oder der schlechten Luft oder weil es einfach praktisch war, genau kann es niemand sagen. Ich werde es im Hinterkopf behalten, sagte ich und war versucht, Mr. George's Tipp gleich mal auszuprobieren. Leider schien Gideon meine Absicht zu durchschauen, denn er nahm meinen Arm und lächelte leicht. Und dann hatte Fork auch schon den Chronografen enthüllt und als er mich zu sich winkte, fügte ich mich in mein Schicksal, nicht jedoch, ohne ein Stoßgebet zum Himmel zu stecken, dass Lady Brompton das Geheimnis ihres Spezialpunschers an ihre gute Freundin die ehrenwerte Lady Pimpelbottom weitergegeben hatte. Meine Vorstellungen von Bellen waren vage und von historischen Bellen geradezu nicht existent. Deswegen war es vermutlich kein Wunder, dass ich nach Tante Maddies Vision und meinen Träumen von heute Morgen ein Zwischending aus vom Winde verweht und den rauschenden Festen aus Marie Antoinette erwartete, wobei der schöne Teil meines Traums gewesen war, dass ich Kirsten Dunst verblüffend ähnlich gesehen hatte. Aber ehe ich meine Vorstellungen auf ihre Echtheit überprüfen konnte, mussten wir erst einmal aus dem Keller kommen. Mal wieder. Ich hoffte inständig, dass meine Waden nicht Langzeitschäden vom vielen Treppenlaufen davontrugen. Trotz aller Neugelei musste ich zugeben, dass die Wächter die Sache diesmal schlau eingefädelt hatten. Volk hatte den Chronographen so eingestellt, dass wir ankamen, als der Ball über uns schon seit Stunden im Gang waren. Ich war unendlich erleichtert, dass es so kein Vorbei-Devillieren an den Gastgebern geben würde. Insgeheim hatte ich riesige Angst vor einem Zeremonienmeister gehabt, der mit einem Stab auf den Boden geklopft und mit lauter Stimme unsere falschen Namen verkündet hatte. Oder, noch schlimmer, die Wahrheit. Ladies und Gentlemen, klopp klopp, Gideon Deville und Gwendolyn Shepard Hochstapler aus dem 21. Jahrhundert. Beachten Sie bitte, dass Corsett und Reifrock nicht etwa aus Fischbein, sondern aus Hightech-Kohlefasern bestehen. Die Herrschaften kamen übrigens durch den Keller ins Haus, bei dem es sich diesmal um ein besonders dunkles Exemplar handelte, so dass ich leider gezwungen war, Gideons Hand zu nehmen, ansonsten hätten mein Kleid und ich es nicht heil nach oben geschafft. Erst im vorderen Teil des Kellers, dort, wo in meiner Schule der Gang zu den Medienräumen abzweigte, tauchten an den Wänden Fackeln auf, die auf flackerndes Licht über die Wände warfen. Augenscheinlich waren hier die Vorratskammern untergebracht, was angesichts der Eiseskelste sicher sinnvoll war. Aus bloßer Neugier warf ich einen Blick in einen der angrenzenden Räume und blieb verblüfft stehen. So viel Essen hatte ich noch nie auf einmal gesehen. Offenbar sollte auf dem Ball eine Art Bankett folgen, denn auf Tischen und auf dem Fußboden standen unzählige Platten, Schüsseln und große Bottiche voll der merkwürdigsten Speisen. Vieles war ausgesprochen kunstvoll angerichtet und mit einer Art durchsichtigem Wackelpudding umhüllt. Ich entdeckte große Mengen vorbereiteter Fleischgerichte, die für meinen Geschmack definitiv zu streng rochen. Darüber hinaus atemberaubend viel Zuckerzeug in allen Formen und Größen und eine vergoldete Schwanenfigur, die verblüffend lebensecht gearbeitet war. Guck mal, die müssen ihre Tischdeko auch kühlen, flüsterte ich. Gideon zog mich weiter. Das ist keine Tischdeko, das ist ein echter Schwan, ein sogenanntes Schaugericht, flüsterte er zurück. Doch fast im gleichen Moment zuckte er zusammen und ich stieß, das muss ich leider zugeben, einen Schrei aus, denn direkt hinter einer ungefähr neunzehnstöckigen Torte mit zwei Toten Nachtigallen als Krönung löste sich nun eine Gestalt aus dem Schatten und kam, den Degen blankgezogen, lautlos auf und zu. Es war Rakochi, die rechte Hand des Grafen und mit diesem dramatischen Auftritt hätte er jederzeit in einer Geisterbahn Geld verdienen können. Mit heiserer Stimme hieß er uns bekommen. Folgt mir, raunte er dann. Während ich versuchte, mich von dem Schreck zu erholen, fragte Gideon ungehalten, hättet ihr uns nicht längstens Empfang nehmen sollen? Rakochi zog es vor, nicht darauf einzugehen, was mich nicht weiter wunderte. Er war haugenau der Typ, der keinen Fehler zugeben konnte. Wortlos nahm er einen Fackel aus der Halterung, winkte uns zu und glitt durch einen Seitengang, der weiter zu einer Treppe führte. Geigenmusik und Stimmengeführ tönten nun von oben zu uns herab, wurden lauter und lauter und kurz vor dem Ende der Treppe entließ uns Rakochi mit den Worten Ich werde aus dem Schatten heraus mit meinen Leuten über euch wachen. Dann verschwand er geräuschlos wie ein Leopard. Ich vermute, der hat keine Einladung bekommen. sagte ich scherzhaft. In Wirklichkeit stellten sich mir bei der Vorstellung, dass in jeder dunklen Ecke einer von Rakochis Männern lauerte und unsheimlich beobachtete meine Nackenhaare auf. Doch, natürlich ist er eingeladen, aber er will sich wohl nicht von seinem Degen trennen und die sind im Ballsaal nicht erlaubt. Geigen musterte mich prüfend. Sind noch Spinnweben auf deinem Kleid? Ich sah ihn empört an. Nein, aber vielleicht in deinem Hirn? sagte ich, drängte mich an ihm vorbei und öffnete vorsichtig die Tür. Ich hatte mir Sorgen gemacht, wie wir es unbemerkt ins Foyer schaffen sollten, aber als wir in dem Lärm und den Trubel der Ballgäste eintauchten, fragte ich mich, warum wir uns überhaupt die Mühe gemacht hatten mit dem Keller. Vermutlich pure Gewohnheit, wir hätten locker direkt hierher springen können, es hätte keiner mitbekommen. Lord und Lady Pimpelbottoms zu Hause war durchaus prächtig, da hatte mein Freund James nicht übertrieben. Unter Damasttapeten, Stiftverzierungen, Gemälden und dem mit Kristalllüstern behängten und Fresken verzierten Decken war meine gute alte Schule kaum wieder zu erkennen. Die Böden waren mit Mosaiken und dicken Teppichen ausgelegt und auf dem Weg in den ersten Stock schien es mir, als gäbe es mehr Gänge und Treppen als zu meiner Zeit und es war voll, voll und laut. Zu unserer Zeit wäre die Party wegen Überfüllung geschlossen worden oder die Nachbarn hätten die Pimpelbottoms wegen nächtlicher Ruhestörung verklagt. Und das waren erst das Foyer und die Flure. Der Ballsaal spielte noch einmal in einer anderen Liga. Er nahm das halbe erste Stockwerk ein und wimmelte nur so von Menschen. Sie standen in Grüppchen beisammen oder bildeten beim Tanzen lange Reihen. Der Saal summte von ihren Stimmen und dem Gelächter wie ein Bienenstock, wobei der Vergleich mir fast untertrieben vorkam, denn die Dezibelzahlen erreichte bestimmt die eines startenden Jumbojets in Hivro. Schließlich mussten an die 400 Leute gegeneinander anschreien und das 20-köpfige Orchester auf dem Vore versuchte auch noch die O-Bahn zu behalten. Das Ganze wurde von einer solchen Menge Kerzen ausgeleuchtet, dass ich mich automatisch nach einem feuerlöscher umsah. Kurzum, der Ball verhielt sich zu der Soiree, die wir bei den Bromptons besucht hatten, wie eine Clubnacht zu einem von Tante Maddy's Tee-Kränzchen und ich verstand unwillkürlich, woher der Ausdruck rauschender Ball kam. Unser Auftauchen erregte kein besonderes Aufsehen, zumal ein ständiges Kommen und Gehen im Saal herrschte, dennoch starrten uns einige der Weißperücken neugierig an und Gideon packte meinen Arm fester. Ich spürte, wie ich von Kopf bis Fuß gemustert wurde und hatte das dringende Bedürfnis, noch einmal in einen Spiegel zu schauen, ob sich nicht doch eine Spinnwebe auf meinem Kleid verirrt hatte. Es ist alles bestens, sagte Gideon, du siehst perfekt aus. Ich häusperte mich verlegen. Gideon grinste auf mich herunter. Bereit? Flüsterte er. Bereit, wenn du es bist, antwortete ich, ohne nachzudenken. Es rutschte mir einfach so heraus und für einen Moment musste ich an den Spaß denken, den wir gehabt hatten, ehe er mich nächtlich verraten hatte. Obwohl, so viel Spaß war es nun auch wieder nicht gewesen. Ein paar Mädchen fingen an zu tüscheln, als wir an ihnen vorbeigingen. Ich war nicht sicher, ob wegen meines Kleides oder weil sie Gideon so cool fanden. Ich schielt mich so gerade wie möglich. Die Perücke war erstaunlich gut austariert, sie machte jede Kopfbewegung mit, obwohl sie vom Gewicht her vermutlich mit diesen Wassergrügen zu vergleichen war, die afrikanische Frauen auf ihrem Kopf trugen. Während wir den Saal durchquerten, hielt ich unablässig Ausschau nach James. Schließlich war das der Ball seiner Eltern. Er würde doch wohl anwesend sein? Gideon, der die meisten Menschen im Saal um mehr als eine Kopflänge überragte, hatte schnell den Grafen von Saint-Germain ausfindig gemacht. Er stand unnachahmlich elegant auf einem schmalen Balkon und unterhielt sich mit einem kleinen bunt gekleideten Mann, der mir vage bekannt vorkam. Ohne groß nachzudenken, versank ich in eine tiefe Referenz, bereute es aber einen Moment später wieder, als mir einfiel, wie der Graf von Saint-Germain bei unserer letzten Begegnung mit sanster Stimme mein Herz in zehntausenden von winzigen Splittern zerbrochen hatte. Meine lieben Kinder, ihr seid pünktlich auf die Minute, sagte der mir nickte er gnädig zu, vermutlich eine Ehre, eingering der Tatsache, dass ich als Frau mit einem Intelligenzprozenten belacht war, der gerade mal von einer Balkontür bis zur nächsten Kerze reichte. Gideon Waging wurde mit einer herzlichen Umarmung bedacht. Was sagt ihr, Elkit? Könnt ihr etwas von meinem Erbgut in den Zügen dieses schönen jungen Mannes erkennen? Der Papageienbunt gekleidete Mann schüttelte lächelt den Kopf. Sein langes Gesicht war nicht nur gepudert, er hatte sich auch rusch auf die Wangen geschmiert wie ein Clown. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit in der Haltung, meine ich. Wie sollte man auch ein so junges Gesicht mit meinem Alten vergleichen können? Der Graf kräuselte selbst ironisch seine Lippen. Die Haare haben in meinen Gesichtszügen gewütet. Manchmal erkenne ich mich im Spiegel kaum wieder. Mit einem Taschentuch fächelte er sich Luft zu. Darf ich übrigens vorstellen? Der Ehrenwerte Albert Elkott, derzeit der erste Sekretär der Loge. Wir sind uns bereits bei diversen Besuchen im Tempel begegnet, sagte Gideon mit einer leichten Verbeugung. Ach ja, richtig, der Graf lächelte. Jetzt wusste auch ich, warum mir der Papagei bekannt vorkam. Der Mann hatte uns bei unserem ersten Treffen mit dem Grafen im Tempel empfangen und die Kutsche zum Haus von Lord Brompton gestellt. Leider habt ihr den Auftritt des Herzogspaus verpasst, sagte er. Die Frisur ihrer Durchlaucht hat viel Neid erregt. Ich fürchte, dass die Londoner Perückenmacher sich morgen vor Kundschaft kaum retten können. Eine wirklich schöne Frau, die Herzogin. Wie schade, dass sie sich berufen fühlt, sich in Männergeschäfte und Politik einzumischen. Elcott, wäre es wohl möglich, den Neuankömmligen etwas zu trinken zu besorgen? Wie so Stimme, aber trotz des Lärms, der uns umgab, war unüberdeutlich zu verstehen. Mich fröstelte bei dem Klang und das lag ganz bestimmt nicht an der kalten Nachtluft, die durch die geöffnete Balkontür drang. Selbstverständlich. Der erste Sekretär erinnerte mich in seiner Diensteifrigkeit an Mr. Marley. Weißwein, ich bin sofort wieder da. Mist, kein Punsch. Der Grab wartete, bis Elcott im an seine Rocktasche und zauberte einen versiegelten Brief hervor, den er Gideon überreichte. Das ist ein Schreiben an deinen Großmeister. Er enthält Einzelheiten zu unserem nächsten Zusammentreffen. Gideon steckte den Brief ein und reichte dem Grafen im Gegenzug ebenfalls einen versiegelten Brief. Darin befindet sich ein ausführlicher Bericht über die Geschehnisse der vergangenen Tage. Es wird euch freuen zu hören, dass das Blut von Elaine Berkeley und Lady Tilney nun im Chronographen eingelesen ist. Ich zuckte zusammen. Lady Tilney? Wie hatte er das nur angestellt? Sie hatte bei unserem letzten Zusammentreffen nicht den Eindruck gemacht, als würde sie ihr Blut freiwillig hergeben. Misstrauisch blickte ich Gideon von der Seite an. Er würde ihr doch nicht etwa mit Gewaltblut abgezapft haben? In meinen Vorstellungen sah es sie verzweifelt mit Täckel Schweinchen nach ihm werfen. Der Grab klopfte ihm auf die Schulter, fielen also nur noch Saphir und schwarzer Tomalin. Er stützte sich auf seinen Stock, aber in dieser Geste lag nichts geprächtliches. Stattdessen wirkte er ungeheuer machtvoll. Oh, wenn er wüsste, wie nahe wir dran sind, die Welt zu verändern. Mit dem Kopf wies er in dem Ballsaal, wo ich an der anderen Seite Lord Alistair von der Florentinischen Allianz erkannte, wie beim letzten Mal mit reichlich Schmuck behängt. Die Klunker in seinen zahlreichen Ringen funkelten bis zu uns hinüber. Das tat auch sein Blick, eisig und hasserfüllt, selbst auf diese Distanz. Hinter ihm ragte drohend eine schwarz gekleidete Gestalt auf, aber dieses Mal machte ich nicht den es handelte sich um einen Geist, der zu Lord Alistair gehörte, wie der kleine Robert zu Dr. Weid. Als er mich bemerkte, bewegte sich sein Mund und ich war froh, dass ich seine Beschimpfungen nicht bis hierhin hören konnte. Es reichte, dass er mich in meinen Albträumen heimsuchte. Da steht er und träumt davon, uns mit seinem Degen zu durchbohren, sagte der Graf und er klang dabei fast zufrieden. Tatsächlich denkt er seit Tagen an nichts anderes. Er hatte sogar geschafft, seinen Degen in diesem Tanzsaal zu schmuggeln. Er strich sich über das Kinn, weshalb er weder tanzt noch sitzt. Er steht nur steif und starr wie ein Zinnsoldat herum und wartet auf eine Gelegenheit. Und ich durfte meinen Degen nicht mitnehmen, sagte Geri im Vorwurfsvoll. Keine Sorge, mein Junge, Rakotschi und seine Leute werden Alistair nicht aus den Augen lassen. Das Blutvergießen überlassen wir heute Abend den tapferen Karutzen. Ich sah erneut zu Lord Alistair und dem schwarz gekleideten Geist hinüber, der nun mordlustern sein Schwert in meine Richtung schwenkte. Aber er würde uns doch nicht, vor allem Leuten, ich meine, auch im 18. Jahrhundert durfte man nicht einfach so ungestraft morden. Ich schluckte. Lord Alistair würde nicht riskieren, unseretwegen am Galgen verlanden, oder? Die schweren Lieder verbargen die dunklen Augen des Grafen vor einigen Sekunden, als ob er sich auf die Gedanken seines Gegners konzentrierte. Nein, dazu ist er zu schlau, sagte er langsam. Aber er weiß auch, dass er nicht allzu viele Gelegenheiten haben wird, euch beide jemals wieder vor seine Klinge zu bekommen. Er wird sie nicht einfach verstreichen lassen, da ich dem Mann, den ich in unseren Reihen halte und nur ihm zugespielt habe, um welche Uhrzeit ihr beiden euch wieder unbewaffnet und allein für den Rücksprung in den Keller begeben müsst. Werden wir sehen, was passiert. Äh, sagte ich, aber der Graf hob seine Hand. Keine Sorge, Kind, der Verräter weiß nicht, dass Hakotschi und seine Leute euch auf Schritt und Tritt bewaffen werden. Alistair schwebt der perfekte Mord vor. Die Leichen lösen sich nach der Tat praktischerweise in Luft auf. Er lachte. Bei mir würde das natürlich nicht funktionieren, daher plant er für mich einen anderen Tod. Na toll, ehe ich die Nachricht verdauen konnte, dass wir sozusagen freiwillig auf Abschuss waren, was meine Einstellung zu diesem Ball im Allgemeinen und besonderen nicht gerade änderte, kehrte der bunte erste Sekretär, ich hatte seinen Namen schon wieder vergessen, mit zwei Gläsern Weißwein zurück. In seinem Schlepptau befand sich ein weiterer alter Bekannter, der dicke Lord Brompton. Er freute sich über alle Maßen uns wiederzusehen und küsste meine Hand viel öfter, als es der Anstand geboten hätte. Ah, der Abend ist gerettet, rief er. Ich freue mich so, Lady Brompton und Lady Lavinia haben euch auch schon gesehen, aber sie wurden auf der Tanzfläche aufgehalten. Er lachte, dass sein dicker Bauch wackelte. Man hat mich beauftragt, euch zum Tanzen zu holen. Das ist eine gute Idee, sagte der Graf. Junge Leute sollten tanzen. Ich habe in meiner Jugend auch keine Gelegenheit ausgelassen. Oha, es ging also los. Jetzt kam die Sache mit den beiden linken Füßen und diesem Wo war nochmal Rechts Problem, das Giordano als eklatanten Orientierungsmangel bezeichnet hatte. Ich wollte meinen Weißwein auf X kippen, aber da entwand mit Gideon mit Gideon schon das Glas und reichte es dem ersten Sekretär. Auf der Tanzfläche stellte man sich für das nächste Manuett auf. Lady Brompton winkte uns begeistert zu. Lord Brompton verschwand im Gewühl und Gideon platzierte mich gerade rechtzeitig zum Einsetzen Musik in der Reihe. Der Damen, genauer gesagt zwischen einem blassgoldenen und einem grün bestickten Kleid. Das Grüne gehörte Lady Lavinia, wie ich mit einem Seitenblick feststellte. Sie war genauso schön, wie ich sie in Erinnerung hatte und ihre Ballrobe erlaubte selbst für diese doch recht freizügige Mode ausgesprochen tiefe Einblicke in ihr Dekolleté. An ihrer Stelle hätte ich mich nicht getraut mich zu bücken, aber Lady Lavinia war sie deswegen nicht gerade besorgt. Wie wunderbar euch wiederzusehen. Sie warf ein strahlendes Lächeln in die Runde und insbesondere auf Gideon und gleich darauf in der Anfangsreferenz zu versinken. Ich tat es ihr nach. und fühlte mich in einem Anflug von Panik meine Füße nicht mehr. Eine Vielzahl von Anweisungen schwirrten durch meinen Kopf und ich hätte um ein Haar links ist dort, wo der Daumen rechts ist, gestammelt. Doch da schritt Gideon bei der Tour der Main schon an mir vorbei und merkwürdigerweise fanden meine Beine wie von selbst in den Rhythmus. Die festlichen Klinge des Orchesters erfüllten den Saal bis in den letzten Winkel und die Gespräche um uns herum verschwanden. Gideon nahm die linke Hand in die Hüfte und reichte mir seine rechte. Herrlich diese Heiden Minuette, sagte er im Plauderton. Wusstest du, dass der Komponist fast dem Wächtern beigetreten wäre? In ungefähr zehn Jahren auf einer seiner Reisen nach England. Er überlegte damals, sich dauerhaft hier in London niederzulassen. Sag bloß, ich meinen Kopf ein Kinderquäler war. Zumindest hatte er mich in meiner Kindheit gefällt. Dann nämlich, wenn Charles ihre Klaviersonaten mit derselben Verbissenheit geübt hatte, die sie jetzt an den Tag legte, um den Chronographen zu finden. Doch das konnte ich Gideon nicht mehr erklären, denn inzwischen waren wir aus einer Viererfigur in einem großen Kreis getanzt und ich musste mich darauf konzentrieren, dass es rechts herum ging. Woran es genau lag, wüsste ich nicht. Aber mit einem Mal fing die Sache an, mir richtig Spaß zu machen. Die Kerzen warfen ein wunderschönes Licht auf die prachtvollen Abend Garderoben. Die Musik kling nicht mehr langweilig und verstaubt, sondern genau richtig und vor, hinter und neben mir lachten die Tänzer unbeschwert. Selbst die Perücken sahen nicht mehr so affig aus und ich fühlte mich für einen Moment ganz leicht und frei. Als sich der Kreis auflöste, schwebte ich auf Gideon zu, als hätte ich nie etwas anderes gemacht und er blickte mir entgegen, als wären wir plötzlich allein im Saal. In meiner seltsamen Hochstimmung konnte ich die Zähne zu zeigen. Aus irgendeinem Grund schien mein Lächeln Gideon völlig aus der Fassung zu bringen. Er nahm meine ausgestreckte Hand entgegen, aber anstatt nur seine Finger leicht unter meine zu legen und klammerte er sie. Gwendoline, ich lasse mir von niemandem mehr. Ich sollte nicht erfahren, was sie sich von niemandem mehr ließ, denn in diesem Moment ergriff Lady Lavinia nach seiner Hand legte meine dafür in die Iris Tanz Partners und sagte lachend, wir tauschen mal kurz, einverstanden? Nein, von einverstanden konnte von meiner Seite aus keine Rede sein und auch Gideon zögerte einen Moment. Doch dann verneigte er sich vor Lady Lavinia und ließ mich wie die nicht sagende kleine Ziehschwester, die ich im Grunde auch war, links liegen. Mein Hochgefühl verschwand genauso schnell, wie es aufgetaucht war. Ich habe euch vorhin schon von Weitem bewundert, sagte mein neuer Tanzpartner, als ich aus meiner Referenz hervortauchte und ihm die Hand reichte. Am liebsten hätte ich sofort wieder losgelassen, denn seine Finger waren feucht und klebrig. Mein Freund Mr. Major hatte bereits das Vergnügen, euch auf Lady Promptons Soiree kennenzulernen. Er wollte uns miteinander bekannt machen, aber das kann ich ja nun selber übernehmen. Ich bin Lord Fleet. Der Lord Fleet. Ich lächelte höflich. Ein Freund von Busen Grabscher Mr. Major. Aha. Während die nächste Schrittfolge uns voneinander wegführte und ich hoffte, der Lord Fleet würde die Gelegenheit nutzen, sich die feuchten Hände am Hosenbein abzuwischen, sah ich still versuchen, zu gehen hinüber, aber der schien ganz in den Anblick von Lady Lavinia versuchten zu sein. Auch der Mann neben ihm hatte nur Augen für sie bzw. für ihr Dekolleté, während er seine eigene Partnerin geflissentlich übersah. Und der Mann daneben Oh mein Gott, das war James, mein James. Endlich hatte ich ihn gefunden. Er tanzte mit einem Mädchen in einem flaumen muss farbenen Kleid und sah so lebendig aus, wie man mit einer weißen Perücke und weißem Puder im Gesicht eben aussehen kann. Anstatt Lord Fleet erneut meine Hand zu reichen, tanzte ich an Lady Lavinia und Gedeam vorbei auf James zu. Bitte alle einmal eins aufrücken, sagte ich dabei, so nett ich konnte, und ohne auf die Proteste zu achten. Noch zwei Wechselschritte und ich stand vor James. Entschuldigung, nur einmal aufrücken, bitte. Traumlos Mädchen gab ich einen kleinen Schubs direkt in die Arme des Mannes gegenüber. Dann reichte ich dem verdutzten James meine Hand und versuchte atemlos zurück in meinen Rhythmus zu kommen. Ein Blick nach links zeigte mir, dass die anderen ebenfalls dabei waren, sich neu zu ordnen und dann weiter tanzten, als wäre nichts gewesen. Zu Gedean sah ich Sicherheit selber nicht. Stattdessen starrte ich James an, kaum zu glauben, dass ich seine Hand halten konnte und dass sie sich warm und lebendig anfühlte. Ihr habt die ganze Reihe durcheinander gebracht, sagte er vorausvoll und er unterzog mich einer Musterung von Kopf bis Fuß und ihr habt Miss Amelia äußerst rüde von mir weggeschubst. Ja, er war es wirklich. Der gleiche blasierte Tonfall wie immer. Ich strahlte ihn an. Das tut mir auch aufrichtig gleich, James. Aber ich muss unbedingt mit dir, nun, ich muss in einer Sache von größter Wichtigkeit mit euch sprechen. So viel ich weiß, sind wir einander noch nicht vorgestellt worden, sagte James nase rümpfend, während er zierlich einen Fuß vor den anderen setzte. Ich bin aber das ist vollkommen unerheblich. Ich habe Informationen von unschätzbarem Wert für euch und daher müsst ihr euch dringend mit mir treffen, wenn euch euer Leben lieb und teuer ist. Setzte ich in dramatischem Effekt zur Liebe hinzu. Was fällt euch ein? James sah mich konsterniert an. Vom Lande oder nicht, euer Benehmen ist wirklich sehr ungebührlich. Ja, aus dem Augenwinkel nahm etwas mehr Grünes näherte sich im Wechselschritt. Es ist aber wichtig, dass ihr mir trotzdem zuhört. Es geht um Le, es geht um euer Pferd, Hector, den, äh, Grauschimmel. Ihr müsst mich unbedingt morgen Vormittag um 11 Uhr im Hyde Park treffen, bei der Brücke, die über den See führt. Wobei man nur hoffen konnte, dass See und Brücke im 18. Jahrhundert schon existierten. Ich soll euch treffen? Hector? James zog seine Augenbrauen bis zu seinem Haar und Satz hoch. Ich nickte. Verzeihung, sagte Gideon mit einer kleinen Verneigung und trug James zur Seite. Hier ist wohl etwas durcheinander geraten. Das kann man wohl sagen. James wandte sich kopfschüttelnd wieder Miss Blumenmus zu, während Gideon meine Hand packte und mich recht unsanft in die nächste Figur führte. Bist du wahnsinnig? Was sollte denn das schon wieder? Ich habe nur einen alten Freund getroffen. Ich drehte mich noch einmal zu James um. Ob er mich ernst genommen hatte? Wahrscheinlich nicht. Er schüttelte immer noch den Kopf. Du willst wirklich um jeden Preis auffallen, oder? So stück Gideon. Warum kannst du nicht mal für drei Stunden tun, was man dir sagt? Na, dumme Frage. Natürlich, weil ich eine Frau bin und mir Vernunft völlig fremd ist. Außerdem bist du doch zuerst mit Lady mein Busen feldlich aus dem Kleid aus der Reihe getanzt. Ja, aber doch nur weil Sieke... Ach, hör schon auf. Hör selber auf. Wir funkelten uns gegenseitig zornig an, als der letzte Geigenton erklang. Ehrlich, das war sicher das längste Manuett der Welt gewesen. Ich sank erleichtert in meine Referenz und wandte mich zum Gehen, bevor Gideon mir meine Hand reichen konnte, oder vielmehr nach meiner Greifen. Ich ärgerte mich über mein wenig durchdachtes Gespräch mit James. Es schien mir doch unwahrscheinlich, dass er zu unserer Vorredung im Park erscheinen würde. Ich musste noch einmal mit ihm reden und versuchen, ihm dieses Mal die Wahrheit zu sagen. Wo war er nur? Diese blöden weißen Männerperücken sahen aber auch alle gleich aus. Die Tanz hatten sich z-förmig durch den riesigen Saal geschlängelt und nun waren wir an einer Seite ganz anderen Stelle angelangt. Ich schreckte den Kopf über das menschen Wusel und bemühte mich um Orientierung. Gerade glaubte ich einen Blick auf James roten Samtrock zu erhaschen als Gideon mich am Ellenbogen festzählt. Hier geht's lang, sagte er knapp. Ich hatte seinen Befehlston allmählich wirklich satt. Es war aber gar nicht mehr nötig ihn abzuschütteln. Das erledigte Lady Lavinia, die sich in einer Wolke von Mainklöckchenduft zwischen uns schob. Ihr habt mir noch einen Tanz versprochen, sagte sie schmollend und ihr Lächeln zauberte gleichzeitig niedliche Grübchen in ihre Wangen. Hinter ihr bat sich Lord Brompton schnaufend einen Weg durch die Menge. So, genug getanzt für diese Saison, sagte er. Ich werde allmählich zu alt für dieses Vergnügen. Apropos Vergnügen, hat noch jemand außer mir, meine liebe Gattin, mit diesem schneidigen Konteradmiral gesehen, der angeblich erst kürzlich in der Schlacht seinen Arm verloren hat? Nun, alles Gerüchte. Ich konnte deutlich erkennen, dass es zwei Arme waren, mit denen er nach ihr gegriffen hat. Er lachte und seine zahlreichen Doppelkinne gerieten gefährlich ins Beben. Das Orchester begann wieder zu spielen und schon formierten sich neue Reihen. Ach bitte, ihr werdet mich doch nicht Rockaufschlag krallte und schmachten zu ihm aufsahen. Nur diesen einen Tanz. Ich hatte meine Schwester gerade versprochen, ihr etwas zu trinken zu besorgen, sagte Gerien und bedachte mich mit einem finsteren Blick. Na klar, er war sauer, dass ich ihn vom Blotten abhielt. Und der Graf wartet dort hinten auf unsere Gesellschaft. Der Graf hatte inzwischen seinen Platz auf dem Balkon verlassen, aber nicht etwa, um sich hinzusetzen und etwas auszuruhen. Er spähte mit seinen Adleraugen zu uns hinüber und sah aus, als ob er jedes Wort verstünde. Es wäre mir eine Ehre, ihrer werten Schwester etwas zu trinken zu besorgen, mischte sich Lord Brompton ein und zwinkerte mir zu. Bei mir ist sie in allerbesten Händen. Seht ihr? Lady Lavinia zu Gideon lachend zurück auf die Tanzfläche. Ich bin gleich wieder da, versicherte er mir über seine Schulter hinweg. Nur keine Eile, knurrte ich. Lord Brompton setzte seine Fettmassen in Bewegung. Ich kenne da ein ganz besonderes Plätzchen, sagte er und winkte mir zu. Man nennt es auch den Winkel der alten Jungfern, aber das soll uns nicht weiter stören. Die werden wir schon mit unanständigen Geschichten verkraulen. Er führte mich ein paar Stufen auf eine kleine Empore hinauf, wo ein Sofa stand, von dessen erhöhter Lage man eine großartige Übersicht hatte. Hier saßen tatsächlich zwei nicht mehr ganz so junge und ganz so hübsche Damen, die bereitwillig ihre Röcke beiseite rafften, um mir Platz zu machen. Lord Brompton gib sich die Hände. Gemütlich nicht warm? Ich werde mit dem Grafen und etwas zu trinken wiederkommen. Wie ein galoppierendes Flusspferd schuppe sein massigen Leib durch das Sand, Seiden und Brokatmeer. Ich nutzte meinen erhöhten Posten, um nach James Ausschau zu halten, aber ich konnte ihn nirgendwo entdecken. Dafür sah ich Lady Lavigna und Gideon ganz in der Nähe tanzen und es versetzte mir einen Stich, wie gut sie miteinander harmonierten. Sogar die Farbe ihrer Kleidung passte zusammen, als hätte Madame Rossini sie höchst persönlich ausgesucht. Jedes Mal, wenn Hände sich berührten, schienen elektrische Punkten zwischen ihnen zu fliegen und sie unterhielten sich offensichtlich blendend miteinander. Mir war, als könne ich Lady Lavigna's Perlendes Lachen bis hierhin vernehmen. Die beiden alten Jungfern neben mir, seufzend sehnsüchtig, abrupt stand ich auf. Das musste ich mir ja nun wirklich nicht antun. War es sich James Rotorock, der soeben durch einen der Ausgänge verschwand? Ich beschloss, ihm zu folgen. Das hier war schließlich sein Zuhause und außerdem war es meine Schule. Ich würde ihn schon aufspüren. Und dann würde ich versuchen, die Sachen mit Hector gerade zu rücken. Beim Verlassenen des Saals warf ich noch einen prüfenden Blick auf Lord Alistair, der nach wie vor an der gleichen Stelle stand und den Grafen nicht aus den Augen ließ. Sein Zweifel Sein Geisterfreund schüttelte Mordlustern sein Schwert und ohne Zweifel röchelte er dabei hasserfüllte Parolen. Keiner von ihnen bemerkte mich. Dafür aber schien Gedean meine Flucht zu registrieren. In der Reihe der Tanzenden entstand Unruhe. Mist! Ich drehte mich um und machte, dass ich hinauskam. In den Korridoren herrschte eher trübe Beleuchtung, aber hier draußen tummelten sich noch immer jede Menge Gäste. Ich hatte den Eindruck, dass nicht wenige Pärchen dabei waren, sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Und gleich gegenüber vom Ballsaal befand sich eine Art Spielsalon, in den sich ein paar Hirn zurückgezogen hatten. Zigarren waren, drang durch die halb offene Tür. Am Ende des Ganges glaubte ich, James Rotenrock um die Ecke biegen zu sehen und ich rannte ihm nach, so schnell es mein Kleid erlaubte. Als ich den nächsten Gang erreichte, war keine Spur mehr von ihm zu entdecken, was bedeutete, dass er in einem Dezimmer verschwunden sein musste. Ich öffnete die nächstgelegene Tür und schloss sie gleich wieder, als der Lichtschein eine Gesselong erfasste, von der ein Mann, nicht James, kniete, der gerade dabei war, einer Dame das Trumpfband abzustreifen. Nun ja, wenn man in diesem Zusammenhang noch von einer Dame reden durfte. Ich grinste ein bisschen, während ich auf die nächste Tür zusteuerte. Im Grunde unterschieden sich die Partygäste hier nicht sehr von denen in unserer Zeit. Hinter mir im Gang wurden Stimmen laut. Warum rennt ihr denn so schnell? Könnt ihr eure Schwestern denn nicht mal für fünf Minuten alleine lassen? Unverkennbar Lady Lavenda. Ich schlüpfte wie der Blitz ins nächstgelegene Zimmer und lehnte mich von innen gegen die Tür, um Tiefluft zu wollen.